Mein Name ist Hakan Zithak, ich bin im Kerngeschäft Immobilien, Makler und des Weiteren coache ich Immobilieneigentümer, wie Sie ohne Makler die eigene Immobilie vermieten und verkaufen können. Als Makler arbeiten wir natürlich als Dienstleister im Auftrag unserer Auftraggeber, wie zum Beispiel Immobilieneigentümer, die die eigene Immobilie dann auch verkaufen möchten. Beim Verkauf sorgen wir dann eben auch dafür, dass die Immobilie entsprechend ihrem Wert dann eben auch hochwertig präsentiert wird, so wie sie es dann eben auch verdient und zum bestmöglichen Preis dann eben auch verkauft wird. Und bei der Vermietung achten wir ganz besonders darauf, dass der Vermieter, den besten Mieter, der eben auch bekommen kann, ja auch bekommt und Mietnomaden sozusagen eben auch ausgeschlossen werden. Und mit meinem Coachingprogramm bzw. mit meinen Büchern zeige ich, wie wir es dann eben auch machen und wie es die Auftraggeber oder potenziellen Immobilieneigentümer ist eben auch ohne Makler, ohne unser Zutun auch selber machen könnten. Also wenn die uns als Makler beauftragen, haben die natürlich dann den Rücken frei für ihr eigenes Business oder eben auch mehr Freizeit, um mit der Familie dann eben auch ein schönes Leben zu genießen und eben auch die Sicherheit, dass die von einem Profi dann eben auch betreut werden. Und wenn die mein Coachingprogramm dann eben auch in Anspruch nehmen, bekommen die eben das Profi-Know-how an die Hand, Schritt-für-Schritt-Anleitung, so dass ich sozusagen fast 24 Stunden, sieben Tage die Woche fast persönlich dann eben auch diese begleiten würde. Also was mich zum Experten ausmacht, ist, dass ich bereits seit über 30 Jahren in der Bau- und Immobilienwirtschaft dann eben auch aktiv bin. Ganz normal angefangen mit einer Ausbildung zum Industriezimmer, einige Jahre auch auf Baustellen gearbeitet, dann des Weiteren Architektur studiert, weil er als Architekt gearbeitet, zudem noch Immobilienwirtschaft studiert, also Immobilienökonom und Makler bin ich seit zwölf Jahren. Also ich würde sagen, ein bisschen was verstehe ich von Immobilien.